Die wirtschaftliche Situation stellt Gesundheitseinrichtungen heute vor große Herausforderungen. Der Fachkräftemangel, die Überlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gewährleistung der Sicherheit von Patientendaten, unterschiedlichste Systeme zur Verwaltung der Patientenversorgung und die notwendige Integration von KI und Big Data. Große Herausforderungen bedeuten große Investments. Und große Investments sind meist ein Innovationshemmer. Wäre es daher nicht super, wenn Sie volles Vertrauen und absolute Kontrolle über Ihre IT-Ausgaben hätten? Schon, oder? Dann kommen Sie mit mir in die Transformatrix. Die Transformatrix ist unser Raum für virtuelles Probehandeln bei voller Handlungskontrolle. Mit modernsten Tools können Sie dabei Ihre Daten profitabel machen. Wichtig ist aber, dass Sie wissen, wie Sie das volle Potenzial Ihrer Daten bestmöglich ausschöpfen können. Deswegen präsentiere ich Ihnen hier verschiedene digitale Datentransformations-Services, also Ihre potenziellen Investments. Diese können Sie unverbindlich ausprobieren und das Beste, Sie haben die volle Kontrolle. Das hier zum Beispiel ist Fujitsu U-Scale. Unsere flexible S-Service-Lösung für On-Premise-IT-Infrastrukturen. Die monatliche verbrauchsabhängige Abrechnung sorgt für absolute Kostentransparenz und eine sofortige Skalierbarkeit. Und so behalten Sie die Kontrolle über Ihr Investment. Mit dem AI Test Drive können Sie verschiedene Hardware-Optionen testen, um genau die richtige KI-Plattform für Ihre individuellen Anforderungen zu finden. Und das Beste dabei, Ihre Sicherheit. Denn Sie testen die Lösung in Ihrem Unternehmensumfeld und unter Realbedingungen. Klingt gut, oder? Das Fujitsu IoT Operations Cockpit ist unsere Plattform zur Überwachung und Verwaltung von IoT-Infrastrukturen. So behalten Sie den Überblick. Oder Sie probieren unser Human-Centric Experience Design, kurz HXD genannt. Der Design Thinking Ansatz richtet sich nach Ihren Unternehmensstrategien aus und ermöglicht einen gemeinsamen, effizienten Dialog. Mit unseren HXD oder Co-Creation Workshops beschleunigen Sie dabei Ihre digitale Transformation. Und das Wichtigste, sobald Sie von einer Lösung überzeugt sind, helfen wir Ihnen, unser virtuelles Modell in Ihre Realität zu verwandeln. Und zwar im Handlung bringen. Unter diesem Video finden Sie eine Reihe an Links, die Sie zu all unseren genannten Tools führen. Probieren Sie sie aus. Ich freue mich darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um Ihre Geschäftsabläufe zu optimieren. Bei weiteren Fragen melden Sie sich einfach bei mir. Ihr René Compagnio. Ähm, Compagnini.